Willkommen zurück, liebe Freunde des Autosports hier bei Rocket League. Und mit dabei sind wieder der Sarraza und der Sargent Rumpel. Und das nächste Match beginnt in 10 Sekunden. Hallo. Wenn ihr auf bereit geht, dann schon vorher. Ja, ich wollte ja gerade den Benni. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Die wollen nochmal gegen uns spielen übrigens. Vielleicht habt ihr es gesehen. Nochmal. Oh, neuer Start. Aber geiles neues, neues, neue Arena. Und was, wollen wir jetzt nochmal verlieren? Oder geht das jetzt so lange, bis wir gewinnen? Nee, wir gewinnen. Wir holen unsere Ehre noch wieder zurück. Für alle, die sich fragen, wie wir reden über die letzte Folge. Da haben wir nämlich gegen die Leichen. Ja, scheiße. Oh mein Gott, der geht rein. Der geht rein. Und der geht rein. Und das sieht nicht gut aus. Scheiße. Slyx Serino, ein wahrer Experte des Spiels. Die sind natürlich auch vom Level her ein bisschen über uns. Also, das muss man selbstverständlich sagen. Das wissen wir nicht. Doch, guck, was die für Sachen haben, Alter. Na und, ihr habt ganz andere Sachen als ich. Ja, und ich kenne mich leider auch mit den Autos noch nicht aus. Das muss man halt auch sagen. Leider. Ja, der ist hängen geblieben. Ja. Ah, schade. Da kam sie. Ah, come on, jetzt machen wir ein Tor. Ich finde die Arena hier die geilste, bis es her. Finde ich auch, ja. 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 Seitwärts. Reingepresst wieder mal hier. Wie ich mit mal reingepressen wäre. Diese Replays hätte ich schon auch geguckt. Ja, aber du hast aber hoffentlich eine Vorlage bekommen, oder? Ja. Kann sein, ja. Ich glaube schon. Okay, ich stehe gut mit dich. Ich probiere es. Ich probiere es mal einen Sprung und Jump. Oh, ja. Das war gar nicht so schlecht. Geil, das hatten wir auch noch nie, dass der Ball eigentlich sich... Ja, Benni. Ich gehe nicht rein. Nein. Ah, aber fast, fast, fast. Nein. Da wollte ich mir gerade die Zeit nehmen, aber es war nicht so gut. Okay, Rumpel, holst du den? Springt vorbei, leider. Oh, der Titsch gefährlich. Oh, nein, alle vorbei. Nein, nein, nein. Alle vorbei. Nein, der ist noch drin. Und der Hamster. Und ich bin nicht runtergekommen. Ich bin irgendwo oben an der Wand hängen geblieben. Ich war irgendwo und nirgendwo. Und wie sind alle vorbei, Titsch? Oh, ist aber eigentlich... Oh, man. Ah, shit, ey. Scheiße, 2-1. Naja, 2-1, Leute. Das ist alles drin. Das ist spannend hier beim Autoball, beim Rocket League Motorsport. Jawohl, den habe ich gekriegt. Scheiße, vorbei. Oh, dranbleiben? Scheiße, den wolltest du von der Seite nehmen. Ja, waren keine guten Aktionen. Doch, 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 doch. Alles gut. Ey, von mir jetzt gerade, nicht von dir. Das war souverän, irgendwie. Das war souverän, irgendwie. Ah, dir, aber das ist dafür nicht so. Oh, oh. Oh, komm mal. Halt die Richtung. Wenn vorbeigejumpt, Achtung, nicht springen. Oder nur aus dem Tor raus. Der ist geblieben. Ja, boah. Ja, Benni, du bist der Größte. Größte Parade. Ja. Counter. Ja. Counter, komm schon. Er ist noch dran. Nein. Mittelfeld, was? Im Flug. Boah, ich hab zweimal eine Glasparade gemacht. Der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Ja, aber es war echt eine großartige Parade. Ich hab immer keinen... Oh, Mann, ey. Ich krieg irgendwie diesem Match nix gebacken so. Das ist aber auch echt Taco hier. Oh, das kann doch nicht angehen, dass der Ball so dämlich fällt. Bleib im Tor. Okay, jetzt Angriff. So, den einen habe ich weggekickt. Ich halte mich mal ein bisschen mehr hinten auf. Oh, ja. Sind wir an der Seite getroffen? Ah, fast. Oh, der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Schön, Vorlage zum Benni. Komm. Oh, nein. Ich probiere in die Mitte zu fahren. Ich probiere in die Mitte. Ja, der kommt, der kommt, der kommt in die Mitte. Nein, der kommt gerade nicht. Abgeblockt. Boah, wie die da lang flattern. Oh, Alter. Den Pfeilrückzieher probiere ich. Oh, Rumpel, Eigentorbeiner. Alles geplant, alles geplant, alles gut. Ich schwitze hier bei 890 Grad. Das ist ultra warm, aber auch ultra lustig. Den habe ich. Ja, ja, ja. Den haben wir alle. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der hat uns bei den Eigentorben. Nein, jawohl. Das ist 2-2 der Ausgleich. Boah, der Benni heute in Topform wieder mal. In Topform. Das ist aber auch so, ja. Was war das? Das ist das erste Tor geschossen, ne? Die werden vernichtet. Die werden vernichtet. 2-2 für uns. Ja, ey. Das sind echt harte Gegner, ey. Ja, zack. Ja, der hat rübergeholt. Komm, nochmal. Jetzt Seitsprung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt hier. Wir spielen auf die andere Beine. Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Das ist das Geheimnis von... Ja, und man darf nicht ausgeben. Man sieht, man hat es gesehen am letzten Match, wie die das noch umgedreht haben. Sie stand 5-1 im Rückstand. Okay, ich komme von hinten. Achtung. Ja. Wirklich 5-1. Und wir haben 6-5 verloren. Oh mein Gott. Das ist ein gut verteilt. Das kann eigentlich nicht sein. Doch. Oder 5-2 oder sowas stand es. Zwei Eigentore und die Nummer war durch. Oh, der Rumpel kam sehr gut geflogen. Ui, der war knapp. Ja, war ein gutes Ding. Ja, der war leider knapp, aber nicht nicht... So war er ernst eigentlich. Den hole ich. Nein. Manche kann ich es nämlich ganz einschätzen. Ich auch nicht. Der Ball bleibt so lange in der Luft, ne? Der irritiert mich auch noch. Okay, dann habe ich Befreiungsschlag mal wieder. Oh, oh. Na, ich habe den mal gegen die Band ganz weggeschlagen. Benni? Wer auch da? Weg. Oh Gott. Hier ist rückwärts. Oh. Alter, was? Ich komme schon mal vorbei. Nein, das ist Deckung der Rumpel. Ja. Boah. Ultra. Glatzparade. Aber absolut verdiente. War super gemacht, Rumpiduino. Oh, das ist es. Und noch ein Pass. Die Benni hat. Du schaffst es ein. Nein. Oh, das gibt es doch nicht. Oh Gott. Okay, zurück. Schnell, volles Spiel. Volles Spiel. Einfach zu hektisch. Ich hasse das, ey. So, nochmal, 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 nochmal. Oh. Oh, ja. Drauf. Nein. Oh, da waren sie auch mal schön. Das gibt es doch nicht. Oh, jetzt aber. Komm. Jetzt ist es schön. Oh, scheiße. Wollte ich gerade springen und mal warten. Dann kommt der Sly. Hat es geklärt. Schön. Oh. Oh, das könnte der entscheidende Ball werden jetzt hier für die. Benni zieht durch. Benni. 30 Sekunden noch, Leute. Der United des Autobuswalts. Kriegen irgendwie eine Wette. 2-2. Holt ihn euch nochmal. Achtung. Hamster. Hamster im Angriff. Ja, wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Alles safe. Oh. So, rausgepresst. Oh. Klar. Ja, da steht keiner. Die Flanke ist umsonst gewesen. Oh mein Gott. Das ist einfach Ultraspannung. Deswegen können wir gerade nicht so viel reden. Abgewehrt. Rettung. Ja, Vorsicht. Eins, go. Und Nachspielzeit. Boah, der wäre drin gewesen. Der wäre gerade drin gewesen. Den hätte ich abgeblockt. Ja, glaube ich auch nicht. Nein. Wow. Alter, Schock fürs Jahrhundert. Okay. Wir sind noch dabei. Ich warte mal gerade hinten. Auf ihn rechts, Sarata. Ja, der kommt ins Spiel. Der kommt. Der kommt nach vorne. Ah, Sly hat es genutzt, leider. Oh nein. Benni. Nein. 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 Das kann doch nicht angehen. Immer so eine Sachscheiße, ey. Ach, verdammte Scheiße. Ey, das müssen wir am nächsten Match jetzt schaffen. Das müssen wir hinkriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Ist Sly Serino da um die Ecke mal lang? Alter. Der Benni war so gut. Der Rumpel auch. Merk-Stern haben wir. Aufkleber jetzt für alles. Schade. Boah, der Benni, wie der gespielt hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Komm, komm, komm. Das kriegen wir schon noch hin. Ich will die besiegen. Ich will die auch besiegen. Das ist Ameisen 23 im Locket League. Ja, scheint schon. Ja, nochmal. Es sind auch sehr ausgeglichene Teams. Also muss ich sagen, es spannen die und geht. Es geht. Die machen uns jedes Mal fertig. Ja, aber nur knapp. Es wird sehr knapp. Ja, also das kann man jetzt nicht mehr machen. Haben Sie zweimal in die Verlängerung geschafft? Ja! Ja, 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 ja. Ja! Jawoll! So geht's los. Jetzt müssen wir machen. Easy peasy. GG. Boah, wie das einfach nur... Wie wir alle geflogen haben wieder. Schön, Benni, Alter. Sehr gutes Ding. Der BG, ey. Das ist einer. Der BG, was? Benjamin Gihar. BG. Der hat doch damals bei den BGs gespielt. Boah, nochmal. Super. Du hast irgendwie einen Trick jetzt raus, wie man das nochmal... Okay, warte. Ich fahre da ganz gut hin. Oh, schade. Da war ein Pressball. Pressball. Schön rumpelt. Der hast du super schön weggeholt. Okay, Benni, zieh ihn durch. Kriegst du ihn rein? Oh, nein. Scheiße. Habe ich mich jetzt extra mal zurückgehalten, aber... Oh, knapp vorbei. Der geht ins Tor. Oh, shit, der ist drin. Der geht rein, ja. Da haben sie gut gehabt. Alter, die kriegen uns jedes Mal in so Countersituationen halt, ne? Der spielt sich immer vollkommen frei. Ja, dann ist keiner hinten von uns. Ja, ich bleib mal ein bisschen hinten gerade. Aber ich bin auch nicht so gut im Abwehren, ehrlich gesagt. Ja, wer ist da schon, ne? Ja. Boah, das ist aber auch vielleicht manchmal doof, dass wir alle einfach drauf rushen. Das müssen wir, sonst ist der Ball bei uns im Tor drin. Ja, aber manchmal denke ich, wir lassen dann so ungedeckt unser eigenes Tor. Jetzt, jetzt, jetzt! Stell dir da, bin da. Okay, Rumbi, hau ihn weg. Komm. Hier hin. Geh in die Mitte. Oh, ich wurde weggerannt. Warte. Nein, wäre der durchgekommen. Oh Gott, ich habe keinen Speed mehr. Sergeant Rumpel da vorne. Schön, Röke Deut, das Teil. Oh. Oh mein Gott. Weiter nach vorne einfach. So, schön. Ja, das sieht doch gut aus. Nein. Nein, 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 nein. Ich slide kam da gerade noch so um die Ecke geslide. Nein, da war ich doch... Nein, da war ich doch... Oh, die Enden kriegen wir den nie. Oh, Ben. Häufig? Nein. Oh, alle dran vorbei. Sprenger. Boah. Alle dran vorbei war das geil. Ich auch noch dran vorbei. Ich auch noch mal dran vorbei. Aber von denen auch zwei. Alter, bin ich so zu fangen. Nein, nein. Traum. Oh, TS-Probleme. Jetzt auch noch mit der Kommunikation. Aber alle wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Und alle wissen, wo der Ball eigentlich... Alter. Was ist mit dem Team-Sieg los? Hallo? Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt geht's wieder, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht der TS wieder, ja. Alter, sag natürlich beim TS, dass wir den kassiert haben. Und wie schlecht ich da gesprungen bin. Oh, nein. Den hätte ich auch noch beinahe gehabt. Ja. Da kam der noch mal. Und ich hab den mit dem Hinterteil irgendwie wahrscheinlich sogar noch berührt. Der ist extrem, extrem gut, der TS, der Rino. Oder wie der auch immer heißt. Geh rum, Lämmel. Da ist es echt hier, komm. Ja, ich hab den Amtsagern Philipp genockt in der Zeit. Schön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Jawoll. Nochmal. Und jetzt nach vorne? Ja. Ja, Mann, Jungs. Nein. Voll das Chaos. Oh, oh, oh. Die gehen schon wieder ab. Nee, den hab ich noch gewollt. Wir können auch immer dran denken, dass man den Gegner mal wegkickt, ne? Ja, ja. Gerade den Slytherino, der ist nämlich nicht ganz... Ja, hab ich weggenockt. Oh, jetzt macht der TS wieder ein Matchchen. Was ist da wieder los? Ah, das ist doch gescheit. Das ist jetzt ganz super optimal bei dem Match. Hm. Hm. Oh, ist das spannend. Ist das spannend wieder hier. Oh, Holt Spannung. Nein. Der Wumpel und ich sind gegeneinander geklatscht. Nein, nein. Benni, die Hoffnung. Weg. Oh. Oh nein, oh nein. Alter, da geht der TS übrigens wieder. Ja. Oh, jetzt der Ratter. Nein. Scheiße, sind sie gekommen. Mann, das hätte sein können. Oh, mein Mist. Ich probiere mich so ein bisschen da rauszustebitzen. Boah, was das... Was der für ein... ...unglaubliches... ...unglaubliches Skill hat. Nein. Boah, war das knapp. ...gerettet. Ach, shit. Scheiße. Wenn die jetzt noch einen reinmachen, haben wir echt ein Problem. Aber die Dome werden weniger. Den Hamsteren habe ich weggenockt. Den Hamsteren habe ich weggenockt. Der jetzt kriegt da leider ein Tor. Nein. Hau ihn raus, Benni. Oh Gott, ist das spannend. Ist das nicht mehr normal. Ja, Mann, ich kann auch gar nichts mehr sagen. Ich bin völlig unterdrückt. Nein. Nein. Nein, dranbleiben, Jungs. Dranbleiben. Dranbleiben, zieht durch. Slice, doch. Nein, der bleibt einfach stehen, der Slytherino. Noch eine Minute. Oh nein, ich fahre vorbei. Ich volltrottel. Oh, da bin ich noch gecheckt von den Pennern. Oh, Mist. Oh, Mann, 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 Mann. Raus mit dem, raus mit dem. Ja, ich habe ihn geblockt. Boah, das war knapp. Aber Hamsteren steht da gefährlich. Oha, ist das spannend hier im Stadion. Oh, das gibt es doch einfach nicht. Nein, nicht ins Tor. Nicht ins Tor. Ich kann mich auch nicht rausholen. Nein. Nein. Das war aber auch so gefährlich. Wo kam der noch her, Mann? Ja, guck mal, wie er Anlauf nimmt. Das Slytherino von ganz hinten. Ey, der ist so gut. Ich auch. Ich auch, ey. Ist das krass? Oh Gott, zwei Tore, das schaffen wir nicht mehr, leider. Simon kriegt jetzt echt den Bouncer hin. Ey, wir spielen nicht schlecht. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Sauber, Sarasa. Alter, noch einen, komm. Jetzt noch einen direkt rein. Ey, jetzt noch einen. Boah, guck mal, seitwärts, der war auf Traum. Da hab ich das endlich mal gecheckt mit dem Seitwärts-Treffer. Okay, nochmal, kommt. Alles drauf, was wir haben. Ich bleib mal hinten gerade. Okay. Ist ja gar nicht so schlecht jetzt. 21 Sekunden. Nein, vorbei. Fuck, ich hab echt meine Probleme mit diesen Hochbellen. Ja, die Hochbellen sind sehr, sehr unangenehm. Oh nein, der geht in eine ganz falsche Richtung. Nein, der geht in eine wirklich ganz falsche Richtung. Aber trotzdem. Scheiße, was wieder für eine knappe Niederlage. Das gibt's da nicht. Scheiße. Mann. Fuck. Venom-Flammen. Ja. Scheiße, Mann, ey. Ich spiel auch nochmal gegen die. Ja. Nochmal. In der nächsten Folge vielleicht. Nee, ich glaub, die sind jetzt auch rausgegangen. In der nächsten Folge vielleicht. Ja, die sind rausgegangen, ey. Das war, das war. Das war echt der Scheiß, ey. Aber egal. In der nächsten Folge dann gegen andere Gegner. Wir sehen uns wieder bei Rocket League. Bis dahin. Tschüss. Was? Tut mir leid. Ich war zu schlecht. Ja, der schiebt alles auf mich.